je je moin leute was geht jetzt wartet mal bitte ich hab die kamera gleich ich hab euch gleich im blick bitte lasst mich mal hinsetzen ich bin alt geworden ich bin immerhin schon 21 jahre alt vor 400 jahren wäre ich jetzt schon ein alter sack immer egal moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe heute viel vorbereitet ich gucke hier gerade noch einen film an könnt ihr jetzt hier gerade nicht sehen da haben viele leute viele dollarscheine in der hand aber es geht mir heute um google und um diesen kleinen zettel ich habe hier adsense gemacht vor 95 tagen das ist eine einnahmequelle für youtuber und zwar kann jeder youtuber der youtube kanal hat auch mit null abonnenten geld verdienen mit youtube so wie sieht das jetzt eigentlich aus ein youtuber kriegt nicht einfach so das geld sondern er muss sich natürlich erst mal bestätigen lassen sprich er braucht ein gültiges konto muss seine übernummer eingeben seine ganzen adressen alter wohnort straße teilweise telefonnummer und dann wird dieser brief zugeschickt erst mal muss so eine test überwarten wird eine testüberweisung gemacht und glaube ich irgendwas das heißt du gibst deine nummer ein gehst zum konto gehst du zu deiner bank dann gibst du deine kriegst du von google einen eine testüberweisung zum beispiel fünf cent muss das dann bestätigen an deinem handy aber ich hab fünf cent bekommen alles okay und dann kannst du mal irgendwann mal so eine sechsstellige nummer beantragen dauert sechs bis sieben wochen gibt es dann auch bei dir im handy ein bei adsense und dein konto ist aktiv und du kannst geld einnehmen aber so leicht ist es natürlich nicht du brauchst 100 dollar gesamteinnahmen wenn du 100 dollar gesamteinnahmen erreicht hast dann wird dir das geld überwiesen vorher nicht wenn du 5 euro jetzt einnimmst mit youtube wird dir gar nichts angerechnet du brauchst 100 dollar und wenn du 100 dollar erreicht hast wird das geld in euro auf dein konto gutgeschrieben das heißt du musst immer erst 100 dollar erreichen bis das geld überhaupt auf dein konto kommt und das hat bei mir immerhin 95 tage gedauert lange 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 das dauert sehr lange wie man da verdient kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen da gibt es verschiedene rechte verschiedene pflichten regeln die man sich daran halten muss ich kann wirklich nicht sagen was man verdient aber eben 95 tage habe ich diese summe erreicht und habe nun jetzt auch nach über sechs wochen diesen brief bekommen aus den usa aus den vereinigten staaten aus kalifornien von google und so sieht das eigentlich aus ich freue mich mega dass das da ist und ja mal gucken vielleicht werde ich da mal ein gewinnspiel veranstalten so das mindeste für so geile abonnenten für so coole korrekte abonnenten hauen auf jeden fall rein ich bin jetzt auf jeden fall draußen gucken wir noch ein bisschen fernsehen und dann bin ich hoch rein und ciao